Ein grandioser Erfolg lag in greifbarer Nähe für Gladbach, doch die Chance auf das Pokalfinale wurde auf schmerzhafte Weise vertan. Die Reaktion des Managers Roland Wirkus ist beispiellos, er zählt erstmals den Trainer an. Nach dem peinlichen 1 zu 2 im Viertelfinale gegen den Drittligisten 1. FC Saarbücken ist Wirkus außer sich vor Wut, für unsere Leistung habe ich keinerlei Verständnis. Ich bin zutiefst enttäuscht. Ich kann die Wut der Fans aus Gladbach zu 100% nachvollziehen. Dass wir gegen einen solchen Gegner in der gesamten zweiten Halbzeit keine Lösungen finden und dann noch so unachtsam in einen Konter laufen, darf nicht passieren. Diese klaren Worte sind bisher einmalig von Wirkus, trotz der zahlreichen Rückschläge in dieser Saison. Sie bedeuten, dass Wirkus auch auf Gerardo Sioane sehr verärgert ist und mega enttäuscht, weil dieser auch nach acht Monaten im Amt immer noch kein Konzept gegen tiefstehende Gegner vermittelt hat. Für den Schweizer, der sich nach der Partie nur in Phrasen flüchtete, zu unsauber gespielt und keine Lösungen mehr gefunden, wird es jetzt äußerst ungemütlich. Gladbach kann es sich eigentlich nicht leisten, nach Adi Hütter und Daniel Farke im dritten Jahr in Folge einen Trainer mit einem Dreijahresvertrag nach nur einer Saison zu entlassen, weder finanziell noch im Hinblick auf die angestrebte Kontinuität des Klubs. Die Spannungen zwischen Wirkus und Sioane erreichen einen kritischen Höhepunkt und die Zukunft des Trainers steht auf Messers Schneide. Glauben Sie, dass das öffentliche Zählen von Trainer Gerardo Sioane durch Roland Wirkus nach der Niederlage von Gladbach gerechtfertigt war, wenn man bedenkt, dass er die Frustration der Fans und das Fehlen konsistenter Ergebnisse des Teams unter Sioanes Leitung zum Ausdruck brachte? Hinterlassen Sie Ihre Meinung unten in den Kommentaren und abonnieren Sie unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal!